Ich muss nur kurz gucken, wo das... Ah, das kenn ich auch. Nelken. Ja. Oder? Ja. Zimt. Ich hatte das auf der Zunge. Ich liebe Zimt. Ja. Aber wow, wirklich. Also wirklich, muss ich jetzt mal sagen. Wirklich wow. Ja? Ja. Dankeschön. Aber Zimt kennt ja auch jeder. Ja, aber das war auch wirklich sehr intensiv. Ja. Du warst aber schnell, muss ich wirklich sagen. Anis. Anis. Ich versuche immer den ganzen Satz zu formulieren. Siehst du? Fenchel. Fenchel ist es. Oh. Ah, das ist der Spekulatiusgewürz. Nee. Gewürz für diese einen Kekse. Kümmel? Nee. Da ist alles Mögliche drin. Das ist doch das Lebkuchengewürz. Okay, das ist es. Ist das ein zulässiger Begriff? Das ist jetzt aber Fenchel, oder? Ich glaube auch. Man darf es nicht in die Hand nehmen, ne? Dann sage ich jetzt einfach nochmal Sternanis. Orange. Stink. Nee. Orange. Doch, orange. Ich glaube, ich habe doch eine ganz gute Nase. Ja. Ja, das hast du wirklich attestiert jetzt hier. Oh, ich weiß es schon. Oh, Mann. Ja. Also, also. Oder? Meinst du von Kartoffeln? Ist es? Ja, ich wollte. Ja. Also es ist Marzipan. Ja, aber ich mag irgendwie viel zu viel. Kann ich das jetzt essen? Eine leichte Süße. Da ist ein Mangel drin. Aber auch eine gewisse Schärfe. Oh. Sehnsucht. Ah. Ich weiß nicht, Wehmut? Nee. Bei dir war es Sehnsucht? Bei mir war es Sehnsucht. Sind wir noch auf Sendung? Oh. Ähm. Sag du es. Ach, ich weiß es. Ich habe, ich habe ein Duschgel mit dir. Ja, genau. Bergamotte. Ist da, glaube ich. Nee. Das ist, ist. Ich jetzt weiß ich gar nicht. Ist was Zitrusartiges? Zitrus-mäßig Bergamotte oder nicht? Ach, Zitrone. Was? Ja, aber ich finde, wir waren da gemeinsam auf diesem Zitronen-Bergamotten-Duschgel-Weg. Genau. Du kennst es auch, ne? Von Dingen, was man, dieses eine in der Flasche da... Okay. Kann aber auch sein, dass es zu schwer ist. Also macht dir jetzt keinen Druck. Ist das jetzt der aller allerletzte Begriff? Ja. Okay. Das ist Thymian. Das ist, äh... Nee, das ist... Rosmarin, Majoran. Thymian, Salbei. Salbei. Thymian ist es nicht. Und Salbei ist es auch nicht. Und Rosmarin ist es auch nicht. Dann ist es ein... Weihnachtliches... Kraut. Ach, warte mal. So von einer Fichte... Darf ich an? Nein, ich darf es nicht anfassen, ne? Von Kapschen... Ah, ich kenne das aus der Sauna als Aufguss. Ja. Würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Dann komm, das ist unentschieden. Das ist unentschieden.